Ja, ich muss mich mal wieder melden zwischendurch. Ich bin's, euer Spotterfreund, und ich befinde mich gerade zwischen Neuhausen und Fraundorf bei Cottbus, vor mir die Überführung der Kohlebahn, rechts neben mir die Eisenbahnstrecke, da wird jetzt gleich ein Zug vorbeikommen. Ich hoffe, dass ich den mal ein bisschen noch filmen kann, wenn auch bloß von Weitner. Ja, ich fahre jetzt parallel zur Eisenbahnstrecke, leider ein paar Bäume dazwischen, aber ansonsten passt das, nur der Fahrtwind wird ein bisschen rauschen, da denke ich, aber wenn er nicht bald kommt, dann ist es vorbei. Dann bin ich im Fraundorf und dann macht die Strecke einen Knick, aber die Schranken sind schon Wind, ne? Ich denke, das wird was werden. Eigentlich wollte ich ja um drei mit dem Zug nach Berlin fahren, den werde ich aber nicht kriegen, also fahre ich 16 Uhr eins, glaube ich. Distanz 23 Kilometer, Dauer eine Stunde, zwei Minuten, 57 Sekunden, Tempo, zwei Minuten, 37 Sekunden per Kilometer, 600, 57 Kilokalorien, verbraucht. Leider kann ich nur eins entweder filmen oder fotografieren. Aber es sieht auch gut aus, so eine Parallelfahrt mit dem Zug, der ein bisschen schneller ist. So, nur ist er weg.